Ich muss wirklich sagen, das ist unfassbar, wie die Schweizer abgehen. Also wirklich, das ist wirklich krass. Long awaited. Like, I've been waiting two years for this. It seems like the crowd has all been able. The vibe is so crazy. I haven't seen that energy in a long time. The location is insane. It's crazy. I didn't know what I saw. I couldn't believe my eyes. Ah, es hat so viel Spaß gemacht. Die Leute sehen, wie viel Mühe und so hier hinter stecken. Und ich bin super gespannt auf die nächsten Jahre, wie sich das entwickelt, weil ich glaube, hier steht vor was Großem. Und ich bin super cool.